ich dachte du bist du bist ähm Traitor weil du mich getötet hast bei mir ist die Karte immer noch verpackt wer hat eigentlich das C4 am Haus entschärft ich ähm verdammt kann eigentlich jemand diesen Nachttrainer kicken Karte ist bei mir voll verpackt ich sehe Leute manchmal nicht wenn du den mal kicken bei den C4 ok ist weg ja kicken bei den C4 kann man wenn man das länger einstellt dann hört man das umso leiser ok ich bin Detektiv ich bin Detektiv ich bin der Beste ich bin Enosan Hallo wer mir zu einer Eingang mitgetötet das wär echt nice wer ist hier wer war das ey ich hängst du wieder achte ich werd das auch noch mal in die Videobeschreibung packen äh Bauer ja ja bist du Traitor ne Enosan ok ich auch na voll der einsteigende Bildschirm hier meine total meine wackelt schön oh sorry sorry ich wollte dich nicht anschließen ich hab geguckt ob es wieder läuft ja bin echt ohne Enosan ich bin ohne Enosan ich hänge gerade irgendwie ich bin ich bin Detektiv ich will nur deinen Namen sehen lass mich ich bin Detektiv ach ja ich seh'n warum haben wir nicht immer ne Snaipon gehen hier immer hoch ja dann werden wir schossen dann ist er immer Traitor wenn er da hoch geht dann werden wir schossen ich glaub ich hab Schaden ich hab 2% Schaden Stefan hä ist da gerade jemand ins Wasser geflogen ja auch bloß bloß gar nicht gesprungen und abgestürzt Stefan ich 2% Schaden hab ich äh es hängt ja ich fand irgendwie gerade aus dem Synger ja es hängt gerade ja es hängt gerade das liefst jetzt die ganze Zeit wieso hängt das jetzt so blöd ja keine Ahnung weil jetzt ist das Moppen passiert weil wir wahrscheinlich zu viel auf einen Spot hängen aaaah wir hängen wir alle im Tour ach Gott ey das ist mal ganz kurz klar oh jetzt oh na jetzt hier kann ich immer noch nicht bewegen in die man hat Aua was machst du da oh auf dem schießt du werden wir nicht schossen wo ist Henning geschossen warum ich hab doch nicht du hast gerade auf mich geschossen ich hab auch gar keinen geschossen ja ok dann sorry wer stand denn hier oben irgendjemand hat da auf den also ich stand hier unten da unten na ok nein hier stand ich doch ich hab gerade meine Waffe gewechselt oh ja mach ich schon wieder man ich hab dich voll im Visier gerade ich hab dich nicht ab ich schwör eh eh ich bin Indoman es lecker eh gerade kriegt nur Karma ok jetzt wird's leider ja aber er kann mich da dann einfach abklappen ja die letzten Runden lieben die lieben so super und und oh oh Henning guck mal hinter dir oh ich alter ich häng hier also das war nur wegen dir man ja ich weiß nicht krass was dieses mal ja was ich bin Inno du ey erst mal erst mal weggeräumt alter ne ja ich hab dich abgeschossen war er Traitor nein ich bin nur sorry erst mal voll weggeräumt ihr macht euch so verdächtig ja da brauch er den getötet ich hab gar keinen getötet ich glaub Henning ist es glaub ich auch das war ne mega dumme Aktion von mir Wollen wir uns jetzt beschließen, dass wir Henning abknallen? Ja, ich hab ihn gecheckt. Nee. Er kommt, knall mich ab, dann kriegst du Karma. Oder es sei denn, du bist Traitor, dann kriegst du natürlich keine Karma. Ich bin kein Traitor. Ja? Aua. Alter, aua, hier brennt's. Ja, du darfst nicht rein. Inzi, den zieh. Inzi, den zieh. Nee, er hat wirklich die ganze Zeit da hinten, er stand die ganze Zeit hier hinten am Tor und hat die ganze Zeit gezielt. Ich dachte, er hätte eine Sniper, deswegen war das mega faszinierend. Wenn meine OP-SOP ging dich. Ja, ich noch. Hab' eine OP-Waffe, die habt' ihn nicht. Ja, und die anderen Sachsen, lebst du noch? Max? Ja, ich lebe noch. Brembois? Brembois Sachsen ist gestorben, aber wo? Brembois? Aber Sachsen und Brembois sind weg. Benny? Komm komisch, weil... Das heißt, wir sind... 50, 50, 50, 50, ist schon alle. 50, 50, 50, Union, und ich wurde beschossen, schon. 50, 50, 50, Union, und ich bin 3. Also ich bin dafür, wir hauen Max weg, weil er ist immer auf dem Turm, wenn er... Ich hab' Schaden, ich wurde beschossen. Man, jetzt ist es schon wieder Max. Du bist jetzt gestorben? Ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst? Ich muss jetzt noch Gott-Trotz-Rot-Passion kurz erzählen. Das hat mich jetzt so erinnert an die Tag-It-Folge, wo ich vom Haus nachgefallen bin. Ich hab' uns noch gerettet. Danke, super. Du kleiner mieser Wichster, das ist... Ja, natürlich. Hast du später, äh, Chris? Ja, klar, Alter, ich hab's ja gesehen, wie er geschossen hat. Ich hab's gewusst. Ja, ja, und bevor Stefan noch irgendwas weiter sagt, muss ich ihn abknallen. Oh, Mann. Da hab' ich grad noch Chris sein Leben noch halb gerettet. Ich wusste es, ich wusste, dass Chris es auch war, aber da kam Max auf einmal. Auf dem Turm hast du auch mit der Sniper zu den Vorteil. Ja, wenn du ein Traitor wirst, dann ja. Chris, ich hab doch dein Leben gerettet, dann hättest du von Stefan abgeschossen worden. Aber diese Aktion hat mich jetzt gerade so an Tag-It-Folge erinnert, wo ich vom Haus nachgefallen bin und bin gestorben. Ja, hab ich ja gesehen. Ja, das war echt so. Oh, der Henning, der Henning, der Henning. Ich bin das Schweinierig. Inno, Gagdiff. Wer ist hier, wer ist hier? Oh, Henning. Ja, du bist wieder Traitor, war? Bin ich nicht. Ich war gerade traurig. Ey, du gehst wieder auf den Turm, mein Freund. Ja, komm mal hoch. Ich will auch mal hoch. Durch die Leiter. Durch die Leiter. Durch die Leiter. Geh mir nicht auf die Eier. Wo sind leider aus, nur du? Ja, das ist. Hat sich nach einer Granate angehört, und zwar nach einer. Nein. Hey, was liegt hier alles für Waffen? Hat jemand ne'ne Glocke oder so? Warte mal, wir müssen mal gucken. Ich hab ne'ne Glocke. Ich hab ne'ne Glocke. Ich hab ne'ne Glocke. Ja, sollen wir tauschen? Was? Flo ist auf jeden Fall Detektiv. Was ist ne'ne Glocke? Ne'ne Glocke ist ne'ne Waffe. Ach, ist das diese? Irgendwas brennt hier. Ne'ne Glocke ist ne'ne coole Waffe. So ne'ne kleine Waffe. Was für'n Geräusch, bitte. Könnte es sein, damit was ein... Oh, ich hab' ihn verabgeschossen! Henning? Nein. Henning? Hä? Keine Ahnung. Wo war Henning? Benni ist so leise, Benni. Bin immer leise. Ja, das ist das schon, aber... Ich steh direkt vor mir. In der Pistole in der Hand. Jo. Wo, wo... Hä? Ist er am Falschein? Bist du inno oder bist du... Ich bin inno. Ja. Es ist irgendwie so ganz was Neues, wenn ihr zu zweit seid, weil da weißt du nicht... ob du jetzt einen aufschauen kannst... ... oder... weil wenn du einen... Das ist wieder ganz ne'ne neue Situation. Wer ist jetzt noch? Wer ist jetzt noch? Sag mal alle, heil. Ich lebe noch. Oh, ho, 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 ho. Heilt, ohne was geht. Ja, heil. Ähm, ich geh' gerade. Der wer schießt die ganze Zeit hier rum? Wer ballert hier schon wieder? Wer ballert hier mit Sniper herum? Max? Max ist entweder tot oder er stellt sich, äh, äh, er ist traitor. Ja, genau. Ich hab irgendwie Angst. Wie viel, stopp! Wie viele nehmen noch? Wo? Ja, es ist, weiß nicht, also, es hat sich angehört, wie wenn ich auch gestorben wäre. Ja, sonst würde er auch noch reden. Wo ist er gestorben? Ja, und Max redet, der sind auch nicht. Und Benni? Hier, hier sind zwei Tote, zwei Tote sind hier. Ähm, hier und beim, der, der Lava wurde auch schon, das Lava wurde auch schon ausgelöst. Aber ich kann die nicht confirm. Wo kannst du nicht confirm, bist du Traitor? Ja, ich kann, ja, jetzt ging's. Ja, es hat nur geleckt. Okay, Bauer war Traitor, Bauer war Traitor. Das heißt, einer von euch ist jetzt noch Traitor. Ja, theoretisch gesehen hast du damit ja normalerweise reist, aber du könntest ja auch sein. Ich bin aber nicht Traitor. Ich auch nicht. Aber wer hat sie denn... Ich glaube, es war Henning, der hier ausgelöst hat. Ja? Äh, warte. Nee, deswegen stehe ich die ganze Zeit schon nicht bei euch. Okay, Henning ist an Fallschein gestorben, also ist er da runtergefallen. Vom Hausdach? Ja, ich trau auch keinen. Aber wo sind die anderen Leichen? Vielleicht oben im Turm. Ich guck da mal. Sachsen, ich glaub, Sachsen ist es, der hat gerade auf mich geschossen. Hä? Der hat gerade auf mich geschossen, Alter. Der hat aber kein Bullshit. Ich hab doch nicht geschossen. Yo, Sachsen, das ist... Warum bin ich jetzt? Kein du, das ist einfach. Ich hab' ne Schotzi, aber egal. Ja, du hast sie gewechselt. Ja. Irgendwo. Boah, ich... Ich kann euch beiden einfach nicht vertrauen. Weil Max wurde oben mit einer Sniper erschossen. Ich hab' mit seiner Sniper geholt. Und jetzt werd' ich mal schauen, wer jetzt von euch Traitor ist. Ich glaub' eher, dass du's bist. Nee, ich bin nicht Traitor. Ich bin das gar nicht. Ich... Ich geh' euch einfach alle beide, weil dann... Dann haben die Indos auf jeden Fall gewonnen. Ich hab' mit dem Laufen sehen. Jemand... Jemand von euch hat auf mich geschossen. Ähm... Flo, lebst du noch? Die erste... Jawoll. Fuck! Boah! LoL! Was war das für ein Skill? Ich bin... Irgendjemand hat mich angeschossen und damit bin ich runtergefallen. Junge, was... Was war das für... Wer? Benni, Benni war's vorhin, ja. Ach, Benni, ich bin aus Reaktion. So, wir machen... Wir machen aber jetzt hier... Stopp! Wir machen jetzt aber hier mal schnell einen Cut und machen eine neue Runde. Jo, okay, dann nehm' wir durchgehen. Ich schneid' das auch durchgehen, doch ich schneid' das dann wieder. Ja, ich... Jo, also... Also, ich... Ich verabschied' mich jetzt aber, weil ich hab' jetzt ja noch was vor. Ja, ja. Alles klar. Okay. Was denn? Jo. Also, hab' doch... Jo. War auf jeden Fall geil, Benni, weil ich hab' dir voll die Handy gegeben mit der Sniper. Ja, ich hab' die auch ausversehr weggeschossen, hast du und tat mir natürlich nicht. Das geilste war ja hier... Ähm... Flo war ja... Flo war ja Detective gewesen. Ja, genau. Denn ich bin hier hinterher gelaufen. Ja. Ich hab' ich hab' die Lava ausgelöst und dann ist er auch nochmal gebrannt. Und dann hab' ich noch einen vollen Heller gegeben. Ja, wo... Wo war seine Leinchen? Kann man einmal den Daniel kicken? Oder was ist das? Dorne? Ja. Max und Sachs, ihr habt alle noch 1000 Karma. Kann man einmal den Daniel töten? Ja, ich hab' noch kein random gekickt. Alter, wieso hab' ich 700 Karma nur? Den Daniel kicken. Aua! Weil du random gekinnt hast. Aua! Aua! Auf jeden Fall! Ah, toll! Ja, Henning, du hast wo dann kam als Röhren mit, ne? Ja, toll! Wer musste mich jetzt wieder töten? Ich wollte diesen Daniel töten. Der war sogar nur der Sack. Weil es einfach so doof, wenn da irgend so einer reinschaut. Nee, da war... Ja, wir müssen da noch ein Passwort drauf machen. Das funktioniert nicht. Markus, ich hab' das nicht. Ja, der hat dich getötet. Und Staffan hat dich auch getötet. Ja. Das war ne schnelle Runde ja. Das war ne schnelle Runde ja. Das war ne schnelle Runde. Ich hab' keine Wollte aber den Arbeid spielen, aber der nicht geklatscht. Ja, kick den Typen mal oder so. Ja, ich kann ja nicht kicken. Ich kann ja auch nicht mal kurz machen, den Kicken. Konsole oder so. Ach, ne Konsole geht jetzt nicht. Warte. Ja, aber mit dem Spiel macht auch sicher keinen Spaß. Na, man kann das ja nicht mal kurz machen. Wie ist ne Befehl? Slash Kick oder so, keine Ahnung. Ich denk' mal so, wie auf dem Minecraft-Förber. Slash jetzt, wie steht das im Chat? Was? Darum. Darum. Weiß'n eins, das. Ja, jetzt schon wieder alles. Unsichtbar, diese Daniel. Unsichtbar, diese Daniel. Was? Nein. Null, null einfach ab. Alter, wir schießen's schon wieder. Da oben, Brenboy. Da oben! Er ist Traitor. Er ist Sonderpotzen nicht Traitor. Wo ist er denn? Er schießt nur auf den Daniel Dürr! Ich wäre angeschossen! Von Sachsen! Sachsen! Ich musste gerade mal den Unsichtbarem Radner töten. er hat bei der Fall ist ein bisschen wie es gelöst also Sachsen ich bin die Tektiv nur zu ihm aber eine Woche also das Schlimmste an mir hat du kannst schwimmen ja das ist wieder ein Tätigkeit du kannst schwimmen Lüge weg die Wechsel da war ich hab du bist du hast eine gute Tastatur nur noch Da ist jemand unsichtbar da oben. Ich bin nicht unsichtbar. Ey cool, wie hast du das geschafft? Mit dem Interface, mit dem HV, irgendwas. So, ich starte mal ne Aufnahme wieder. Ja, ich hab auch schon mal gestartet. Okay, das starte ich dann raus mit dem Daniel. Ja, die zwei Runden schneide ich raus. Ach, ich lass das. Was ist das denn? Alter. Alter! Sachsen. Du hast auf mich geschossen, Junge. Ich hab gar nicht auf dich geschossen. Gar nicht. Sachsen, Sachsen ist es, Sachsen ist es, Sachsen ist es, Sachsen ist es. Sag ich doch. Wir haben jetzt gehört. Wir haben jetzt gehört. Wir haben jetzt gehört. Alle wahrscheinlich, oder? null! Hi! Alter, ist voll gegen die Kante geworben. Ja, wie ich mich einfach abklären. Ich kann mich nicht nur machen. Sauber gemacht, Kips. So wie alle gleichzeitig gedacht haben, wusste ich, dass wir alle bei mir schauen.